Ich will diese Attacke haben. Das ist das Miese an dem Spiel, dass das eigentlich sehr schlecht programmiert ist. Vor allen Dingen so viel auf Zufall. Du kannst bestimmte... bestimmte Sachen... ähm... bestimmte Voraussetzungen schaffen und kriegst dann das Ding trotzdem nicht. So wie hier die Z-Seele, niemand ist stärker als ich für ein Vegeta. So oft die Quest so geschafft, wie ich soll. Oh nein. Und trotzdem nie gekriegt. Und gestern hab ich sie mal nicht so geschafft, wie ich soll. Und hast sie dann gekriegt. Und ich mir so, was? Wieso? Aber naja, das ist halt dieses... blöde Spiel. Es macht zwar Laune, aber es ist auch ein bisschen assi. Ich bin noch stärker. Also wen hatte ich jetzt dabei? Ich glaube, Gukita und Ding. Nehmen wir mal Mira mit. Kurs ja nicht sei. Kurs echt nicht sei. By the way, ihr seid wohl alle auch schreibfaul, he? Ihr schaut wohl lieber nur zu. Weil auch nicht verkehrt. Nur zugucken. Aber wenn ich nicht da und mit mir selber reden müsste, wäre das manchmal schon cool. Mama. 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 Was soll das jetzt hier? Also, meiner ist irgendwie nicht so schnell. Das verstehe ich immer nicht. Meine Gegner schießen den voll schnell ab und ich immer voll langsam. Also diesmal kriegt Gogeta viel auf die Fresse. Okay. 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 Oh, immer noch einer von denen. Das sind jetzt alle... Da wird er mir wieder zur Seite geschoben. Was ist da? Drecksacksa. Das verstehe ich auch nicht, dass das nicht zählt, wenn man am Boden liegt. Ich teilweise werde am Boden noch angegriffen und krieg voll den Schaden. Und der Computer nicht. Der ist immun. Der ist einfach mal so immun. Ach, jetzt sind alle Zuschauer weg. Nur noch ich da. Verwandle dich endlich zum Goldenen. Das ist ein Schaden. Nichts! Nichts da, aaaah! Du scheiß Blogger, du. Immer am bloggen. Wo kam denn der jetzt her? Wenigstens haben wir angetroffen. Ja, vor allem, man kann die auch nicht schlagen, wenn sie ein Special machen. Weißt du, es kann manchmal trotzdem gekloppt werden. Ah, so hard to go for. Ah. Da, 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 da. Nein, was? Ja, immer mit seinen Blocken! Wo ist er jetzt schon wieder hinter mir, natürlich. Na, ach, das wollte ich gar nicht. Ich denke immer auf B, ich lese es wieder. Das, wenn ich jetzt schaffe, müsste ich rein theoretisch letztlich die Attacke bekommen. Dreck, Sack! Ja, er greift nicht der Tonne auf hier! Goldfäser... Ja, es wird natürlich wieder geblacht und alles. Nein, sieg. Ja, du luchten! O, du luchten! Du luchten! Na, du luchten! Ne, du luchten! Du luchten! Du luchten! Na, du luchten! Das war aber nicht. Ich glaube, das war nicht. Ich glaube, ich hoffe, dass du hier bei dir das passiert Choice! Und er ist nur am Blocken dieser Flüße. Da sieht man mal, was für ein asozialer Charakter das eigentlich ist. Nur am Blocken, wegfliegen, blocken. Na, schau dir das an. Du bist voll der Zeit, Schinder. Ach, jetzt war ich schon zu spät. Ey, Alter, wenn der nur am Blocken ist, kriegt man echt eine Wut. Der hat da drunter noch einen Leger. Das schaffe ich doch nie in dieser Zeit hier, ey. Muss ich ihn halt besuchen, mit Schlägen zu bearbeiten. Wie kann er sein Special machen, während er gerade von mir einen auf die Fresse kriegt? Wie geht das? Das Spiel ist so behindert. Greift dir die Liebe. Was will ich mit dem Geld 5010-Igge sammeln? Das tangiert mich nicht. Ich will den Angriff endlich haben. Was war das jetzt hier? Menschenskinder. Menschenskinder. Todesstrahl des Kaisers. Den will ich jetzt haben. Jetzt gib mir das, du hässlicher Bastard. Schon mit um 5. Doom will ich auch noch ein bisschen zocken. Ich habe das, du hässlicher Bastard zu machen. Das war's für heute. Diese Blockerei geht mir auf die Nerven! Was war das denn jetzt? Alter! 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 Ich hab' noch einen! 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 Was ist das für eine Teleportation, die er da jetzt die ganze Zeit macht? Die hat er vorhin da nicht gemacht. Alter, klar, ich schieße wieder komplett daneben. Alter, klar, ich schieße wieder. Alter, klar, ich schieße wieder. Dieses Geräusch zeigt mir, dass er die ersten wieder geblockt hat. Ich schieße wieder. Ich schieße wieder. Ich schieße wieder. Ich schieße wieder zu spät. Ja, genau. Ich schieße wieder. 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 Ich schieße jetzt Level. Lass mich lügen. 43. Mittlerweile. oder 45. Nee. Das ist eine Xbox. Ne Xbox One. Ich habe eine One und eine 360. Aber eine Playstation 2 habe ich. Aber ich glaube, die nützt uns nicht viel. Oh, und danke für deinen Follower. Das ist echt ne... ne miese Mission hier. Oh, Potato. Predator, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber falls ja. Ich möchte die Attacke haben. Todesstrahl des Kaisers, ne? Also erst alle Soldaten. Ah, Level 86. Ja, ich hoffe, soweit komme ich auch mal, aber ich möchte jetzt mal diese blöde Attacke jetzt haben. Dann würde ich mich da... ...15 Level nur durch diese Mission aufgestiegen. Da kriegt man ja EP en masse. Oh, so nervig war die. Und dann bin ich jetzt gespannt. Ich will die jetzt kriegen, weil ich will ne Runde Doom, will ich auch noch spielen. Freeza, geh weg von mir. Was macht mehr Affen? Was ist denn langweilend richtig? Ja, ich will mich ja nicht langweilen. Ich will ja eigentlich... ...will ich ja ne Attacke freigeschaltet haben. Aber was mich langweilt ist dieses... ...Zufälligkeit... ...diese zufällig... ...generierende... ...Art des Spiels. Die ist richtig... ...langweilig. Er fliegt nur links und rechts an mir vorbei. Was ist denn los? Und 예. Und Rasperry noch. Run and Rasperry ist daán... Und der nächste ist down Ach so, dann levelst Ach so, LW ist bei mir eigentlich die Abkürzung für Langeweile Haha, sorry Leveln kürze ich meistens mit LVL ab Aber wie gesagt, ich bin ja hier eigentlich nicht zum Leveln da Ich versuche eine Attacke zu farmen Was ist das hier überhaupt für ein Lichtball? Flieg da rein, komm Tut dir bestimmt weh Ah, schon weg Ah, okay Bitch Das wird wahrscheinlich, ja da wirst du wahrscheinlich recht haben Umso stärker ich hier schon mal reingehe, umso Schneller kriege ich sie natürlich dann, weil ich ja dann Kräftiger bin Aber man muss es auch so schaffen Das muss möglich sein Wollte schon sagen, wo ist ein Predator? Der mit mir kämpft Irgendwie lässt er mich hier das alles Ja komm, rein mit dir da Und den kriegst du noch Nein, er ist wieder woanders Dass ich den so oft ins Leere schieße Ach, falscher Knopf Und du, E-Mir, zockst das Spiel auf der Phase 3, oder wie? So, und wehe Nein Was haben wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Das meine ich, dieser Random-Scheiß Dieser Random-Scheiß geht mir so auf die Nerven Level 51 bin ich Nein, jetzt bin ich Level 52 Ey, dieser Random-Scheiß Wir haben erst alle Soldaten niedergemacht Und dann gewartet, bis der Freezer zum Golden Freezer wird Wieso kommen sie dann jetzt nicht ein zweites Mal? Fucking Random